als ob wir das bein ich frag es ist mir an diesem punkt wirklich es interessiert mich nicht mehr ich nehm alles mit was man damit ja was draht ja was mach ich damit ach so ok der zug blockiert den weg ja ähm mit einem brecheisen das hätte viel mehr Sinn aber ich suche nach in nem wimmelbild nach nem feuerwehrschlauch aber ist doch alles hier leere der feuerwehrschlauch daneben nein mit dem feuerwehrschlauch ich will nicht mehr ich bin mir nicht sicher ob ob diese Substanz vielleicht nicht brandbeschleunigend ist da würde ich jetzt erstmal nicht drauf hast du die slowmo gesehen? toll mann war das episch cool da steckt ne Puppe versuch sie rauszubekommen ich für dich mach ich alles mit nem Draht natürlich sichtlich Puppe für das Puppenhaus na wer ist das? Tess Mutter war eine gute Hexe Tess Mutter war eine gute Hexe Du darfst weiterspielen die Schlüssel die Schlüssel können wir wirklich mitnehmen wow Warnhut wo kommt dieses Sofa her? ja aber Dämonen lassen kein Sofa verschwinden Dämonen stehen nicht am Wertschöpfhof und sagen Sofa, kann ich das haben? Brauchst du es noch? Machen wir es nicht Spielzimmerschlüssel Ja dafür brauchte man ein extra Screen ähm offensichtlich Bein eines Clowns Na gut Was war eigentlich dieser grüne Rand hier noch? Der Schlüssel ist heiß Ich kann ihn mit bloßen Händen nicht anfassen Wer kein Foto zerreißen kann da wundert mich auch nichts mehr Ich wünsche ich kann mit diesem Pferd spielen wie ich es tat als ich noch ein Kind war Das ist gebräuchliche Grammatik wie ich es tat als ich noch ein Kind war Nicht so So wie in meiner Kindheit Nein, nein Ich ist tat Du bist groß Dichtkunst ich kann dir Faust geben Was bitte? Es ist fehlerfrei Ja das stimmt Ich wette dieses Spiel ist so wie die anderen aus diesem Vierer-Bundle aus Osteuropa irgendwo Und dafür ist die Rechtschreibung respektabel bisher Das ist auch mal was Gutes sagen bei einem Spiel für 1,25 Wer hat diesen Kuchen gemacht? Ich will es überhaupt nicht wissen Nein, aber ich will doch strimm bleiben Ich möchte nicht Ich will diese Tür aufhinein Himmeln wir halt Stern Was? Apfel Kirsche Kirsche, ja Hörner Schere Oste Eiscreme Die Eistüte sah toll aus Sah aus wie das Eis von McDonalds Das war eine Das war sehr subtile Werbung Bringt mir aber auch Was? Was ist das? Ach das Ich akzeptiere es Hier ist die dritte Kirsche Sicherheitsnadel, ja ja Kleeblatt Oh, was? Ja Aber wir brauchen eine Rose aus Metall Kann ich einfach eine normale Rose nehmen? Das wäre dumm Was auch immer Das war Gefügelter Löwe, jawoll Lilienmedaillon Heißverschlussschieber Ah ja, tatsächlich Lilienmedaillon Ich brauche noch eins Da können wir den Tipp nehmen Ah ja Wo ist das Medaillon? Offensichtlich Dieses Symbol ist, ich schwöre, es ist in jedem Wimmelbildspiel In jedem Das hat angefangen mit Golden Trails 3 Es hat sich durchgezogen Das war denen Scheißegal denen So Ja, wir haben eine Rose Und Reißverschlussschieber Für die Seite jetzt habe ich einen offensichtlichen Verwendungszweck Klar Es klingelt Geh mal dran Ich würde mich schneiden Ja Es nimmt wahrscheinlich die Glasscheiben in die Hand und drückt zu Anstatt sie einfach so beiseite Hup Nein, nein, nein Dumme Mistfrau Mann Spezialobjekte Wir sind so nah am Achievement dran Ich schwöre Der Clown scheint nett zu sein Er ist nicht furchteinflüßend Jaja, stimmt Ist nicht Furchteinflüßend Ich fühle, dass hinterher Tue was wichtiges ist Ja? Bitte? Eine Truhe Wo ist ne Truhe? Sag das doch gleich Dann sind wir viel schneller fertig Ich kann diesen Faden nicht mit der bloßen Hand abreißen Das war schon mal fotolächerlich Und jetzt so ein Faden Nimmst den Nimmst den Wickelst den jetzt zweimal um den Finger, wenn es sein muss Und dann Zack Es sei denn es ist ein Faden aus Stahl Mit dem ich auch immer ne Dann, okay Dann tut es mir leid Ich seh' vielleicht ganz ruhig aus, aber erinnere mich So, auf 108 Ja Ja Wedel die Scherben weg Was auch immer Das ist ja der Jedes Möhnbildspiel wieder Weil es gibt auch in jedem Möhnbildspiel einen Hammer Da kann ich ja nichts tun So Ich hau' den Scheiß kaputt Was will ich mit dem Hammer Und was will ich mit dem Bein eines Clowns? Diese Frage stellt sich Stellt sich Bein War doppelt damit Wie wär's mit dem Hinweis? Klar Hätte ich ohne Hinweis auch gesehen Das ist ein Glück, dass in der Manteltasche ein feuerfester Handschuh ist Ja Jetzt können wir den übrigens auch anfassen Jetzt ist er ja abgekühlt, ne? Drei Sekunden später Mehr Papiere Der Fokus lag nicht direkt auf dieser Möchtigen Voodoo Puppe da Nein Auf den Papieren Okay, also es gibt Einen unterirdischen Tunnel vom Spielzeugladen In den Waisenhaus anscheinend Jaja Sicher Das ist für den Präsidenten des Waisenhauses Im Krisenfall, dass er raus kann Und wir werden Spielzeugladen fliegen kann Sam Hunt, dessen Eltern unter ungeklärten Umständen Tod aufgefunden wurden Wurde in das Stray Souls Waisenhaus geschickt Kinder versuchen aus dem Waisenhaus zu fliehen Der Polizeichef Edgar Torres hat heute Eine Gruppe von Kindern daran gehindert Durch einen Tunnel auf dem Waisenhaus Gibt's irgendwas? Nein Davon zu laufen Warum lest ihr es vor? Ist mir doch egal Kinder versuchen aus dem Waisenhaus zu fliegen Was? Keine Ahnung Verläuft ein unterirdischer Tunnel Ja, das habe ich schon gesehen Dankeschön Ich bin nicht so doof, wie du denkst Aber ich kann diesen Faden nicht abreißen Im besten Willen Ja, ich verstehe nicht, was ich jetzt hier Ist das einfach nur zum Lesen, zum Spaß oder so? Ja Hat er seine Kindheit im Waisenhaus verbracht Ja Ich find's interessant, hier steht's Er wurde an das Waisenhaus geschickt Kinder versuchen zu fliehen Aber versucht heißt, sie haben es nicht geschafft Er ist sogar auf diesem Foto drauf Was? Ich soll diese Frage? Glaubst du, ich seh das nicht? Dass du dich auf dein Handy schauen willst, hä? Warum macht das jeder? Bin ich so langweilig? Gefällt dir das Spiel nicht? Willst du spielen? Wer ist mit dem Vorschlag? Was mache ich mit heißem Wasser, einem Bein, Reißverschluss, Hammer und Nagel? Wo muss ich jetzt was rein nageln? Nein! Nein! Was? Ja Einfach Leiter in die Handtasche, wollte ich nur sagen Was? Ja Ja Ach, schade, da fehlt eine Figur Ich kann hier nicht einfach so Nein Da muss erst eine Figur rein Damit sich der geheime Mechanismus Ich versuch gar nicht mehr alles zu erklären Ich mach die Leiter hin und mach heißes Wasser hin Ja, das ist tatsächlich Schwachsinn Weil heißes Wasser deutlich schneller abkühlt und eigentlich müsste der Eiszapf nur länger werden, ja Physik Master Race, Freunde Ich geb den Osteuropäern mal Unterricht hier Glasscheibe zerbrechen Lass uns nachsehen, was wir im Spielzeugladen finden Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde Es ist einfach so da, dann denkst du, ja Hey, es geht so, hey Ich könnte noch lange einschauen, nicht? Was ist hier so? Ah, toll, jetzt muss ich mit ihm reden Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Besucher mehr Ja, warum denn wohl? Das macht überhaupt keinen Sinn Ich würde in diesem Laden sehr gerne einkaufen Die Stadt ist ein sehr gefährlicher Ort, meine Liebe Haben Sie nicht davon gehört, dass ein Killer hier frei herumläuft? Haben Sie keine Angst? Also wenn ich ein Killer wäre Natürlich nur rein hypothetisch, ja Ja, klar Würde ich mich... Das schreit doch gerade danach, dass mit dir irgendwas nicht stimmt Ich kenne keinen Spielzeugladen-Besitzer, ja Der denkt, das ist eine super Idee, um Kunden anzulocken Weil ich bin ein witziger Clown Ich suche meinen Mann, Sam, mit der Hand Ich glaube, dass er im Waisenhaus ist Kannst du mir helfen, nach dem zu gelangen? Polizeichef Torres hat mir erzählt, dass Sam der Killer wäre Aber ich glaube das nicht, weil ich kenne ihn so gut Ich wusste auch alles über seine Kindheit und musste nicht nachschauen Das ist eine Lüge, meine Liebe Ich kannte Sam, er war ein guter Junge Der Zug blockiert den Weg zum Waisenhaus Ja, einfach mal off-topic reden Es war schön, mit ihm zu reden, aber der Zug blockiert, das ist wichtig Vielleicht erreichst du das Waisenhaus durch den Tunnel War doch wichtig Die Falltür zum Tunnel ist hinter mir auf dem Boden Viel Glück Ich werde dich später wieder treffen Ich werde jetzt eine Minute so in die Kamera schauen, damit der Clown mal merkt, wie das ist Habe ich noch weiße Farbe hier irgendwas? Was für ein netter Clown, der ist komplett bekloppt Nett ist das einzige Wort, was ihn nicht beschreibt, glaube ich Ich könnte in Zukunft nochmal hilflich sein Den Reißverschluss reparieren, auf jeden Fall Schlüssel, äh, von mir aus Ach, Schlüssel, ja Das bestimmt auch der Tunnel Dann Das ist eine Minute Das ist eine Minute Das ist eine Minute also vor allem jetzt in diesem moment kann ich den zahnräder ja kann ich aussehen ich kann nicht drehen wenn du das meinst das zahnrad dazu brauchte ich münze ja vielleicht doch alles das noch ein zahnrad 423 offensichtlich hier wird das bild erscheinen der projektor ist eingeschaltet dumme kuh ja aber wie ach so ich muss die beiden verbinden ja sagt er mir auch keine ich muss hier einen samm einpflanzen und ihn gießen von mir aus ist das gut bild zusammensetzen ich habe solche multi rätsel schon mal in einem bildspiel gesehen vielleicht schon beim ersten mal komisch ich bin ich verarschen jetzt geht es auf einmal entschuldigung dass ich pixel genau klicken muss was gehört hier wohl von korte ist ja unfassbar zusammen der wächst jetzt weil ich gieße ja hier ich gieße schlauch ja ja das klingt sinnvoll das war fast bei welchem horizontal war es wichtig wie es was ich habe nein ich habe nichts ach so ja die hat irgendwas durch wissen oder so ja das ist ja der puppe wird das herz raus geschnitten ah ne war ein clown ne das ist egal clowns interessieren mich nicht ich würde dieses spielzeug gerne reparieren madame da stehst du komischerweise alleine da das ist eine medizinisch relevante frage ich glaube ich klicke einfach nur noch alles an ich werde nicht mehr lesen so das auge ja habe ich direkt gesehen es sind so viele körperteilwitze heute das ist das spiel triggert mich kann ich nichts für lampe spielzeugauto pfanne bügeleisen plus oh plus tatsächlich stern was auch immer das das ist auch ein stern ja ja das ist eine ölkanne natürlich gebiss auf jeden fall katze entschuldigen dass ich zweimal irgendwo anders hinklicke krebs zeichen weil ich erst den begriff gesehen hätte und dann hätte suchen müssen ich hätte keine ahnung gehabt was es ist das komische muss ja wer kommt denn darauf ok ich klicke nichts mehr an ich klicke nur noch an wenn ich was sehe ne gelogen war ich nicht leia ratte flügel mutter stern na wo ist denn das expertentum ha wie gegenstelle da sind Naja, gut, noch drei wenn wir mit Hinweis arbeiten. Ja, kann sein. Ich glaub irgendwie nicht. Das hier? Auch nicht. Haken. Ja, dann kannst du dir die anderen drei suchen. Die Leier macht dann ja hin was. Stern. Mutter. Müge. Stern. Mutter. Bello. Baldi. Betty. Was? Ja, es könnte Klavier oder ein Fliegeflügel sein. Hier zum Beispiel. Ich hab nicht gesehen. Ich hab eine Sache explizit gefunden und sofort gefeiert. Sternleier. Stern, ja. Was ist denn eine Leier? Wo ist die Leier? Offensichtlich. Ja. Ich wär die ganze Zeit schon in irgendeinem Witz mit Mutter, aber das ist, das ist viel zu einfach. Es würde keinen Spaß machen. Ihr geht in diesem Zimmer, riecht es grauenhaft. Ich geh da nicht hinein. Ja. Warum? Könnte was Wichtiges drin sein. Das ist offiziell das gruseligste Zimmer in dieser Stadt. Ich weiß nicht. Sie hat auch noch nicht die ganze Stadt gesehen. Kann ich einfach Vorurteile irgendwie, ne? Ich hoffe, ich kann es ja bald retten, denn ich will hier weg. Der Schatten erhält mich an den Deckel eines Sargs. Ja, für mich ist es eher eine Lampe, aber na gut. Die Lichter pulsieren. Das ist von mir aus. Was hab ich denn? Ich hab eine leere Ölkant. Mutter. Ich hab eine Kurbel. Darf ich das lesen? Dann frag ich halt inzwischen Hinweise. Oh, Katzi. Das ist Sam. Glaube ich. Oh, der wird weggezogen. Ich hab meine... Ich hab vergessen, die Webcam wegzumachen. Oh, scheiß drauf. Jetzt darfst du eine Nachricht weiterschreiben. Ach so. Du kannst ja noch eine schreiben, wenn ich das Spiel denn nicht interessiert, ja? Wenn du denkst, ist alles nur ein großer Spaß hier. Wir müssen unseren Ehemann finden. Das ist dramatisch. So, Schlüssel. Ich... Registerkassenkurbel. Ja. Nein! Kurbel! War ja noch irgendwas. Als Anmerkung, ich liebe die deutsche Sprache für Wörter wie Registerkassenkurbel. In keiner anderen Sprache wäre das ein zusammengesetztes Wort, aber wir haben es drauf. Registerkassenkurbel Holzgriff. Es geht mal weiter. Wer sollte hier etwas kaufen? Das Zeug ist alles komisch. Nimmst du nicht zu? Wir brauchen Schlüssel. Wir haben eine Ölkanne und eine Mutter. Das ist witzig, weil unser Ehemann hat keine Mutter mehr. Mann, war das schwarze Humor. Ich war todlustig. Pietätlos. Okay, also mal. So. Hinweis. Sag mir. Alles, was ich wissen. Wozu brauche ich hier drin? Eine Ölkanne. Spontan, Idee, eine Ölkanne. Zack. Ach toll, jetzt ist es schon vorbei. Wenn wir uns hier einmal wegklicken. Was war das? Das war ein Film in schwarz-weiß. Blöde Tante. Ja, das hatten wir schon. Ich. Inkommen. Am Hebel ziehen. Was für ein Hebel. Hier ist kein Hebel. Ich muss auf diesen Pixel klicken. Entschuldigung.